Hallo Leute, herzlich willkommen aufs Kanal Stunnoir Gaming und heute spielen wir wieder Warft. Ich hab mir gedacht, komm, zocken wir heute mal wieder Warft und sammeln hier ein paar Dinge und lassen jetzt mal endlich hier das blöde Ding in Ruhe. So, wenn ich jetzt hier gleich, also es könnte sein, dass ich hier von diesem blöden Hai angegriffen werde. Okay, ja, werde ich. Leute, ich mach das Spielmodus hier mal kurz auffrieden. Das geht mir schon wieder auf den Sack hier. So, da bin ich wieder. Ich muss mal kurz mein Kopfhörer auf die andere Ohrenseite stecken. So, wir spielen ja auf jeden Fall jetzt wieder Warft. Ich hab mir gedacht, komm, ich zock das mal wieder, weil ich mir dachte, komm, vielleicht ist es geil. Ich weiß es natürlich nicht, weil das Problem, was ja bei mir immer war, ist, oder gewesen ist, ist, dass ich einfach immer gegen irgend so einen Kackstein geflogen bin. Und das ist natürlich nicht geil. Ich hoffe mal, dass das jetzt auf jeden Fall nicht mehr so ist. Und, ähm, vielleicht habt ihr ja auch eine Idee, wie das anders ist. Und ich wollte eigentlich Ark Survival Incended spielen, also das Neue. Allerdings geht's nicht, komischerweise, weil, weiß ich tatsächlich nicht. Irgendwie, ich kann das Spiel aber nicht starten in der Xbox, der Xbox, weil das ist im Gamepost drin. Und da dachte ich mir, komm, das ist eigentlich ganz geil, das zu zocken. Aber es geht nicht. Ja. Ist natürlich blöd. Aber man kann auch hier nichts daran ändern. So, mein Floß ist relativ schnell, merke ich gerade. So. So, wenn wir jetzt hier, ja komm, wir nehmen hier alles mit, was wir hier finden können. So. Muss nur auf mein Floß auspassen. So. Auf jeden Fall, hier natürlich auch das Fass. Oha, wir haben hier sogar direkt ein Seil. Das ist ganz geil eigentlich. Ich hab das jetzt auch mal auf Friedrich gestellt, weil ich kenne oft natürlich nicht so gut. Es ist vielleicht spannender mit dem Hai, aber der geht einfach nur auf den Sack. Also, absolut auf den Sack. Und, ja. Mal gucken. Also, ich stelle es nicht wieder hier um. Also, man kann es ja nicht umstellen. Ich muss eine neue Welt machen. Jetzt denke ich mal, was ich aber damit meine. So. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier erstmal zurück zum Floß. Ja komm, wir gehen jetzt hier direkt zum Floß einmal hin. So. Ich wollte eigentlich gerade mein Fisch-Aquarium, also mein Aquarium sauber machen. Wenn ich mal anders überlege, ich mache erstmal das Video. Denn, ähm, das Aquarium, also die Fische wollen noch was essen, ne? Also, ich habe den erstmal essen gegeben. Und danach, nach dem Füttern, gebe ich den was. Oder das ist doch jetzt ein schlechter Scherz. Zack, 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 zack. So. Okay, was wir jetzt auf jeden Fall erstmal machen können, ist, gucken, ne? Plastikarten brauche ich nicht. Ähm, eine leere Tasse. Also, so. Einfach Reiniger. Kann eine Tasse Salzwasser zum Süßwasser aufbauen? Ja, das brauchen wir auch. Und dann brauchen wir natürlich auch einmal einen Bauhammer. Und da brauchen wir noch ein Seil. Und ein Seil kriegt man ja durch Fässer. Oder halt durch andere Substanzen. Ne, durch andere Dinge. Und, ja, da suchen wir doch mal. Und ich sehe da schon wieder eine Insel. Das heißt, dieses blöde Floß wird gleich wieder dagegen knallen. Deswegen vergrößere ich das jetzt noch nicht. Weil dann komme ich da besser weg. Denke ich mal. So, kriege ich jetzt ja auch mal bitte einfach mal ein Seil. Warte, kann ich nicht ein Seil auch eigentlich machen oder so? Ein Seil hier. Ja, zack. Gut. Bloß, ich komme. So. Okay. Das verstehe ich nicht, wieso dieses Bloß genau auf diese Insel zugeht. Also, Leute, wisst ihr warum? Also, irgendwie, ja, so einfacher Reiniger, ne? Ne, den Bauhammer wollte ich bauen, genau. So, zack. Ich muss nämlich das um vier einmal so vergrößern, damit ich hier was da hinstellen kann. So. So, zack. Hä, warum ist denn hier trotzdem mal ein Hai? Ich habe das ausgeschaltet. Oder macht er mir nichts? Ah, ne, der macht mir nichts. Okay. So. So, wenn wir gleich bei der Insel angekommen sind, muss ich mal gucken, was ich dann mache. Mal sehen. Also, ich will das jetzt erstmal ein bisschen spielen und gucken, wie das jetzt hier alles so läuft. Ich muss ja jetzt hier erstmal alles anbauen und was weiß ich alles machen. Und, ähm, ja, dann mal gucken, was ich dann mache. Weil das Ding geht ja irgendwie immer, also in jedem Welt, in jeder Welt geht dieses blöde Ding immer gegen das Ding. Außer jetzt. Seht ihr das? Jetzt geht es natürlich nach da. Nach, nach da geht es. Oh. Seht ihr das? Jetzt geht es nicht da hin, oder was? Was bist du eigentlich für ein Fluss, Junge? Egal, ich finde es besser, wenn es jetzt nicht dagegen knallt, tatsächlich. Wehe, du fährst jetzt dagegen. Also, ganz ehrlich. Ich habe mich gerade gefreut, dass du nicht dagegen rauffällst. Wir könnten natürlich jetzt hier erstmal bei der Insel bleiben, oder? Warte mal, wie baut man einen Anker? Kannst du das überhaupt schon bauen? Nö, ne? Nein, ein Wurfanker. Baut ich vier Seile und einen Stein für... Ah, ne, kann ich nicht bauen. Let's go. Moin, du Hai. Kennt ihr eigentlich den Film Mac? Also, das ist ja so ein Film von Megalodon. Und den zweiten Film, also den zweiten Teil von Mac, habe ich gesehen. Und ich muss sagen, der ist gar nicht mal so schlecht gewesen. Also, der ist recht geil gewesen. Also, ich kann euch ihn auf jeden Fall empfehlen. So, wir bauen jetzt aber erstmal, würde ich sagen, hier ein kleines Dingsbums mit vier Seilen. Seil, 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 Seil. Ich brauche vier Dringer davon. Eins, zwei, drei, vier. So. Zack. Wie geht ein Grill? Ich brauche drei Seile davon. Da, so, zack. Platzieren wir mal hier, würde ich sagen. Nein, nicht essen. Oh, blödes Ding. So. So. Jetzt habe ich auf jeden Fall wieder Wasser. Kann ich das jetzt trinken? Jo. So, füllen wir jetzt erstmal da rein. So, zack. Gut, dann machen wir jetzt hier auch noch einen einfachen Grill, indem wir hier nochmal drei Seile machen. Eins, zwei, drei. So. Dann machen wir jetzt hier einfach mal einen Grill. So, zack. Den platzieren wir auch, würde ich mal. Würde ich mal sagen, da hin. Machen wir hier auch mal Planken rein. Da machen wir auch Planken rein. So. Okay. Holz ist immer wichtig. So, dann haben wir jetzt erstmal so grob alle Dinge, die wir so brauchen, um zu überleben. Wir haben Essen, was natürlich noch angebaut wird, aber wir haben Essen, wir haben jetzt Trinken. Passt doch alles eigentlich. So, so können wir auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen was überleben, sag ich mal. So. Perfekt. Okay, 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 okay. So, zack, zack, zack. Das hier brauche ich auch einmal, so. Leichte Kopfschmerzen, das liegt aber glaube ich nicht daran, dass ich hier gerade zocke. So, muss noch kurz hier was trinken. Bei die Leute, die sich fragen, was trinke ich? Könner G. Kennt ihr ja bestimmt, also sehr wahrscheinlich kennt ihr das. Also man kann eigentlich relativ gut sehen, wo dieses Ding hinfährt, weil da immer Sachen sind. Also überall da, wo so Sachen sind, fährt auch immer das Flos hin. Das heißt, das heißt, es könnte halt trotzdem noch sein, dass jetzt gleich hier so ein blödes Dings kommt. Was natürlich nicht gut ist, weil das Ding schon so groß ist. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe ja. Wenn nicht, dann nicht. So, also es ist eigentlich sehr wahrscheinlich, dass gleich wieder so ein blöder Insel kommt. Also ich würde mich wundern, wenn nicht. Kommt dieser Hai eigentlich die ganze Zeit mit mir oder was? Ja, tatsächlich. Oder ist das immer ein anderer Hai? Wer weiß. Das kann ja auch mehrere Hai sein, ne? Aber ich glaube, das ist tatsächlich nicht so. So, ich will noch den anderen Fass einmal kurz, damit wir hier Sachen haben. Ich glaube, eine Kiste könnte man auch schon gut bauen. Das Flos ist sogar noch da. Okay, kurz mal das. So. Jetzt steige ich mir mal kurz drauf. So. Also wir haben jetzt eigentlich alles hier vorn. Ein Forschungstisch. Kaum wahr. Planke. Ja. So. Hey, warte mal. Ich habe doch voll viele Planken gehabt. Ach, 14 Planken kostet allein schon dieses Forschungsgedöns. Ach so. Kann man ja auch mal sagen. Jetzt habe ich umsonst gefühltes ganze Plankenzeug gesammelt. Egal, ich habe schon wieder neun. Passt alles so. Ach, ich hole lieber Holz. Holz ist immer wichtig. So, wir müssen auf jeden Fall erstmal noch nichts essen. Das ist doch schon mal gut. So. Ich glaube, es wird gerade nachts. Kann das tatsächlich das sein mit dieser Insel, was ich meine, wo der hängen bleibt oder wie? Ich glaube, da bleibt der hängen. Ich weiß es halt nicht, ne? Hm, okay. Es könnte sein, dass der da hängen bleibt. Aber so wie ich gerade hier diese Dinger sehe, passiert das doch nicht. Aber mal sehen. Es wird auf jeden Fall nachts. Das ist schon mal nicht geil. Aber ich glaube, man kann mit dem Bett irgendwie das skippen, habe ich so gelesen. Wenn wir jetzt hier mal ein einfaches Bett machen, da brauchen wir drei Nägel. Die kriegen wir woher? Gut, um Dinge zusammenzuhalten. Ja, schön, dass ich weiß, wo man die nicht herkriegt. Ich glaube, aus einem Fassklimater ist hier tatsächlich die. Egal, ich bleibe jetzt erstmal hier drauf, so. Nehme ich einmal Wasser. So, mit das da, so. Haben wir hier irgendwas, was wir essen können? Oh, eine rote Beete. Wollen wir die essen oder wollen wir die hier reinmachen? Ich glaube, wir machen noch ein zweites Dingens hier. Brauchen wir vier Seile wieder. 1, 2, 3, 4, so. Oh, ich habe fünf gemacht. Egal. So, und dann machen wir das einmal so. Packen das dann neben und packen wir dann jetzt hier rüber rein. So. Und jetzt müssten wir einmal nochmal Süßwasser haben. Mit Süßwasser füllen, so. Trinken. Ach, ist das gar nicht. Warte mal. Füllst du dich kalt reinfüllen? Ach, egal. Okay, drauf platzieren und fertig. Bis. So. Zack. Zack. Den Hammer, den brauche ich. Das ist ein Werkzeug. Oh, ne, das brauche ich auch. So. Okay. Leute, ich würde aber erstmal sagen, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert natürlich die geile Glocke, damit ihr keinen Blumen mehr verpasst. Habt einen Traum auf den Tag. Haut rein, Leute. Euer Sandu. Ciao, ciao.